Weißt du, was ein Kopfgeldjäger ist? Du tötest Leute und kriegst dafür eine Belohnung? Je böser die Leute, desto besser die Belohnung. Ich suche die Brittle, Brüder. Ich weiß nur nicht, wie die aussehen, aber du schon. Sie haben meine Frau gefangen und verkauft. Aber ich weiß nicht, an wen. Calvin Candy. Das ist der widerliche Gentleman, dem sie jetzt gehört. Broomhilda ist mein Eigentum. Und mit meinem Eigentum kann ich tun und lassen, was immer mir gefällt. Hilf mir, die Brittle-Brüder zu finden und ich helfe dir, deine Frau zu retten. Das kann losgehen. Ich bin Dr. King Schultz. Das ist mein Gehilfe, Django. Kommen Sie zu uns. Wir haben gerade einen Kampf, das es in hübscher Zeit vertreibt. Wo haben Sie den aufgetrieben? Eine glückliche Fügung hat Django und mich zusammengeführt. Beweg dich. Ich habe schon von dir gehört. Du machst mich neugierig. Ich bin neugierig, was sie neugierig macht. Irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Die Jungs sind so viele Meilen geritten und haben richtig Ärger bekommen. Nur für dieses Mädchen. Hey, süßer Trappernäcker. Du teuflischer kleiner Charmeur, du. Die verarschen Sie nach Strich und Faden. Ich war mein Leben lang umgeben von schwarzen Gesichtern. Ich habe mich immer gefragt, wieso machen die keinen Aufstand und töten die Weißen? Wer weiß, was noch passiert. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Hat einer noch extra Kapuzen dabei? Nein. Keiner hat extra Kapuzen dabei. Man wird doch mal fragen dürfen. Krieg ist eine schmutzige Sache. Da halte ich mich dran. Jetzt wird es schmutzig. Wie heißt es denn du? Django. D-J-A-N-G-O Das D ist stumm. Nur in Begleitung von Erwachsenen.